Lust auf eine berufliche Veränderung? Wenn es auch eine Verbesserung sein darf, freuen Sie sich auf mein 30-minütiges Live-Webinar am Mittwoch, 29. April um 9 Uhr. Erfahren Sie in kompakter Form die Top 10 Erfolgsfaktoren, die heute mehr denn je für Ihre Karriere in der Immobilienvermittlung sprechen. Die Potenziale und Perspektiven werden Sie begeistern. Brancheninsider und Quereinsteiger sind gleichermaßen willkommen. Ich freue mich auf Sie.